Hallo allerseits, in diesem Video werde ich euch erzählen, wie man Daten von einem Computer, der nicht startet, wiederherstellt. Wie erstellt man ein botfähiges USB-Stick mit einer Reihe von Dienstprogrammen für die Datenwiederherstellung unter Windows.be? Wie man von einem solchen USB-Stick herunterlädt, und wie man Daten wiederherstellt? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an, und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie plötzlich auf ein Problem mit dem Abstoß des Betriebssystems stoßen und es einfach nicht mehr geladen wird und wichtige Daten auf der Festplatte verbleiben, verzweifeln Sie nicht. Sie können versuchen, sie wiederherzustellen, auch wenn sie gelöscht wurden. Mit dieser Methode können Sie nicht nur ein vollwertiges Windows-System herunterladen, ohne es auf einem Computer zu installieren, sondern auch Programme zum Diagnostizieren der Festplatte, Suchen und Entfernen von Viren, Erstellen neue Partitionen, Wiederherstellen und so weiter verwenden. Wiederherstellung von AOMEI BE Builder plus Hetman Partition Recovery. Dazu müssen Sie das kostenlose Programm AOMEI BE Builder und die portable Version von Hetman Partition Recovery herunterladen. Alles auf ein USB-Stick oder eine Festplatte schreiben, von dort aus starten, die Festplatten scannen und die erforderlichen Daten wiederherstellen. Laden Sie also AOMEI BE Builder von der offiziellen Webseite und Sie dann die tragbare Version von Hetman Partition Recovery herunter. Die entsprechenden Links finden Sie in der Beschreibung. Installieren Sie AOMEI BE Builder und extrahieren Sie dann den Ordner mit Hetman Partition Recovery aus dem Archiv. Starten Sie AOMEI BE Builder und klicken Sie auf Weiter. Hier aktivieren Sie Create 32-Bit-Version auf Windows BE und klicken Sie erneut auf Weiter. Wählen Sie Versionen, je nachdem welches Programm 32- oder 46-Bit verwendet wird. Im nächsten Fenster können Sie auswählen, welche Programme auf diesem USB-Stick aufgezeichnet werden sollen. Wählen Sie keine zusätzlichen Programme benötigen, entfernen Sie alle Markierungen oder öffnen Sie die einzelnen Abschnitte und wählen Sie diejenigen aus, die Sie für Ihre Arbeit wirklich benötigen. Um Ihre eigenen Dienstprogramme hinzufügen, klicken Sie auf Add Files, dann auf Add Folder und geben Sie den Pfad zum Programmordner an. Dies sollte eine portable Version sein, da sie sonst einfach nicht startet. Das Programm sollte der Bitanzahl des ausgewährten Systems entsprechen. Markieren Sie den Ordner mit dem gewünschten Programm und klicken Sie erneut auf OK. Danach nochmal Next. Wählen Sie hier den Träger, auf den Sie aufnehmen möchten, die Festplatte, das USB-Stick oder die Festplatte des Computers. Ich werde ein USB-Stick wählen. Next. Danach wird ein Fenster mit einer Warnung angezeigt, dass das Gerät formatiert wird und alle Daten werden gelöscht. Wenn Sie ein Verstand sind, klicken Sie auf Yes. Danach beginnt der Prozess einer Erstellung von einem botfähigen USB-Stick mit Windows-Be und in dem Paket der ausgewählten Dienstprogramme. Für diesen Vorgang ist ein Internetzugang erforderlich. Je nach Programm und Geschwindigkeit des Internets kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach der Fertigstellung sehen Sie die Schaltfläche Finish, auf deren klickend wird bortfähiges USB-Stick mit Windows PR fertig sein. Jetzt müssen Sie noch eine Verbindung zu dem Computer herstellen, dessen System nicht startet, und ihn einschalten. Schließen Sie es an den USB-Anschluss des Computers an und installieren Sie darauf Download aus dem USB-Stick. Wie das geht, ist ausführlich in dem Video unseres Kanals, wie ruft man BIOS oder UEFI auf und lädt man einen Computer oder Laptop von einem USB-Stick herunter, beschrieben. Ein Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Als nächstes wird das System automatisch heruntergeladen und Sie sehen auf dem Bildschirm ein Shell, die Windows 10 anhält, und eine Reihe aus gewählter Programmen. Hier können Sie diesen Computer öffnen und versuchen, Ihre Daten auf einer der angezeigten Festplatten zu finden. Beachten Sie, dass die Buchstaben der Festplatten möglicherweise nicht dem vorherigen Namen entsprechen. Und wenn Sie die Daten finden, müssen Sie nur ein anderes Laufwerk oder Wechselmedium anschließen und auf dieses kopieren. Und wenn der Datenordner irgendwie fällt, versuchen Sie ihn wiederherzustellen. Starten Sie dazu Hetman Partition Recovery, das sich im Benutzer-Programm-Ordner befindet, und scannen Sie die Festplatte, auf der sich Ihre Daten befanden. Klicken Sie auf den Menüpunkt View, Language und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Wählen Sie nun den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfahl zu einer Festplatte an, auf der Sie wiederherstellt werden sollen. Damit Sie alle Ihren Daten wiederherstellen. In der Situation eines Computersystemverlass auf den wichtigen Daten gespeichert wurden und bei der Neuinstallation des Systems, auf dem Sie nicht verloren gehen können, ist der Datenträger oder USB-Stick-Wetter ein wertvolles Werkzeug. Wenn Sie mit der Befehlzeile vertraut sind, können Sie ein USB-Stick mit Windows PE erstellen und versuchen, das System über die Befehlzeile wiederherzustellen. Dazu müssen Sie das Paket vom ADK herunterladen. Der Link ist in der Beschreibung. Installieren Sie, indem Sie zu Beginn der Installation der Bereitstellungstools und der Windows-Vorinstallationsumgebung Windows PE ein Häkchen setzen. Ich habe ein paar verschiedene sides vom ADK herunterladen. Ich habe die Befehlzeile und die Befehlzeile. Das ist ein paar Sachen aus der Erde. Wenn Sie diese Befehlzeilen über die Befehlzeilen von der Karte verwenden, Ich habe die Befehlzeilen in die Bögelzeilen. Jetzt kann ich diese beiden grünen. Ich habe die Befehlzeile über die Befehlzeile gespellt. Geben Sie nach der Installation im Startmenü umgebend der Tools für die Bereitstellung und die Arbeit mit Images ein und führen Sie sie im Auftrag des Administrators aus. Führen Sie im folgenden Fenster den Befehl aus, um einen Ordner mit den Dateien der Windows USB-E Distribution für X86 oder AMD64 Versionen zu erstellen. Jetzt können Sie eine ISO-Datei erstellen. Danach schließen Sie es an Ihrem Computer an und starten Sie von diesem USB-Stick. Das System wird gestartet werden und auf dem Bildschirm wird ein Fenster mit einer Befehlseile eingezeigt. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um Ihre Programme im Windows-PE Paket hinzufügen, bevor Sie das Abbild erstellen. Kopieren Sie anschließend die benötigten Programme in den Mount-Ordner und führen Sie diesen Befehl aus. Befehl aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Führen Sie dann den Befehl aus, um ein ISO-Image zu erstellen und nehmen Sie diese Image auf eine Festplatte oder ein USB-Stick auf. Wie Sie das Laden von Windows über die Befehlszeile wiederherstellen können, erfahren Sie in einem unseren Videos. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wir haben auch eine andere Möglichkeit im Kanal, wie Sie einen Recurio USB-Stick erstellen können, um das System und die Daten von dem Computer, der nicht mehr geladen wurde, wiederherzustellen. Und das ist alles. Daumen hoch, subskribieren Sie unseren Kanal, falls Sie Fragen haben, bitte wenden Sie sich an uns in den Kommentaren und wir werden die gerne beantworten. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.